Und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unseren Weihnachtsgeschenketrends 2020. Und jetzt kommen wir, ich glaube, gerade in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Thema. Wellness, Gesundheit, Bewegung. Weil wir leiden alle, und das wissen Sie, das wissen wir, unter Bewegungsmangel. Gerade in dieser Zeit. Und das wird sogar schon von Berichten oder von Zeitungen unterlegt. Wenn wir jetzt mal schauen, der erste Lockdown, da gibt es einen Bericht über Berlin, den ich sehr interessant finde. Berlin hat allgemein 2,9 Millionen Kilo zugelegt beim ersten Lockdown. Wenn man das jetzt umrechnet, bei 3,7 Millionen Einwohnern, die Berlin aktuell hat, heißt das roundabout ein Kilo pro. Und das sind natürlich, bei manchen sind es 4, 5 Kilo, bei anderen vielleicht nicht so viel. Aber Bewegung ist ein ganz wichtiges Element. Und wir werden Ihnen in dieser Sendung zeigen, erstens mal, wie Sie sich motivieren. Dann, wie Sie sich auch kontrollieren. Dann, wie Sie sich bewegen. Und am Ende der Sendung auch noch eine kleine Belohnung abholen. Also das alles in dieser Sendung. Beginnen wir aber mit Motivation. Und die fällt vielen Leuten nicht so ganz leicht, Danny, oder? Ja, und ich habe hier den perfekten Motivator an meinem Handgelenk. Und ich muss schon sagen, es ist schon wie mein kleiner, bester Freund geworden. Und ich drehe Ihnen jetzt mal so ein bisschen den Rücken zu. Das meine ich natürlich ganz liebevoll. Denn ich habe Sie hier schon an meinem Handgelenk den ganzen Tag angezogen. Es ist eine wirklich schöne, übersichtliche Uhr. Man kann hier immer so rüberwischen und dann hat man die Vitalwerte im Blick. Ich habe heute 6001 Schritte gemacht. Ist das cool oder ist das cool? Hier EKG kann ich messen. Ich zeige Ihnen auch gleich, ich habe schon gemessen und auch schon die Werte rausgefunden. Die habe ich nämlich auf meiner App überspielt. Kinderleicht und ratzfatz schnell. Dann sehen Sie hier auch die Herzfrequenz. Dann sehen Sie hier Blutdruck. Habe ich auch schon ein paar Mal gemessen. Das ist ganz einfach, auch wenn Sie so ein Digitalmuffel sind. Und das motiviert und macht Spaß. Ja, heute habe ich bei der Arbeit nicht geschlafen. Da wird der Chef auch froh drum sein. Und hier haben Sie ganz viele verschiedene Sportarten im Blick. Sie können also einstellen, Fußball, Tennis, Reiten, Joggen, alles Mögliche. Und dann wissen Sie, wie viele Kalorien habe ich verbraucht, wie viele Schritte und alles immer schön im Blick. Vitalwerte. Also das ist wirklich zum Motivieren gut, aber halt auch um wirklich so ein bisschen Spaß, mehr Freude vielleicht zu haben. Weil dann wissen Sie auch, ein paar Kekschen mehr ist, ein paar Kalorien mehr verbrannt. Und man hat natürlich die Möglichkeit, trotzdem mit seinen Geliebten, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Denn die Nachrichten, die aufs Handy kommen, die haben Sie direkt hier am Handgelenk. Die sehen Sie direkt, wenn Sie reinkommen. Ob jetzt E-Mails oder Messenger, WhatsApp, egal. Alles hier im Blick. Ganz einfach zu benutzen. Und ich zeige Ihnen jetzt kurz mal die App dazu. Ich habe sie hier schon geöffnet. Schauen Sie mal. Das ist so der neue Partnerlook. Das ist die App und die Fitnessuhr dazu. Und es ist wirklich ganz einfach im Gebrauch. So, ich zeige Ihnen eben mal, wenn ich hier einmal zugreife auf die Schritte, da können Sie gucken. Das stimmt überein, wenn ich das hier einmal... Oh, die Uhr ist auf dem Kopf. Das stimmt. Ich muss mich einmal noch mal umdrehen. Ich zeige Ihnen noch mal meinen Rücken. Das tut meins nicht böse. Aber schauen Sie mal. Hier haben Sie tatsächlich die Blicke auf dem Handy, die Schritte auf dem Handy und die übereinstimmen mit denen auf der Uhr. Also man hat immer ein direktes Update. Alles wird immer direkt schön angeglichen und man hat alles im Blick. Das ist wirklich ein toller Motivator. Und man hat hier die Möglichkeiten, auch die EKG-Werte, Blutdruck habe ich gemessen. Also alles sehr aktiv, aber alles im grünen Bereich. Die Herzfrequenz bei 82. Auch hier, da können Sie dann die Kontakte haben und in Kontakt bleiben mit Ihren Freunden. Und hier stellen Sie sich Ihre Ziele vorher ein. Also wie viele Schritte Sie am Tag machen wollen. Und dann schauen Sie ja, bei 75 Prozent bin ich im Moment, mit meinen 6000 Schritten. Also es ist wirklich ein toller Motivator. Es macht ganz viel Freude. Und vielleicht auch zusammen als Partner, so als kleine Challenge. Wer macht mehr Schritte, der muss am Abend, also der weniger macht, kocht vielleicht oder bringt den Müll raus. Und ich sage Ihnen, auch für meine Mama, die so ein bisschen zum hohen Blutdruck neigt, ist das auch eine ideale Geschenkidee. Und sie guckt nicht zu, aber ich habe sie nämlich schon für Sie gekauft. Ja, nicht weitersagen. Also Sie sehen nicht nur für Supersportler die richtige Uhr, sondern auch für uns Autonormalverbraucher, um sich einfach ein bisschen zu motivieren. Und das, was Danny gerade gesagt hat, mit dem Partner, also gleich zwei kaufen, sich gegenseitig vielleicht noch ein bisschen mehr pushen, ist mit Sicherheit auch kein Fehler, denn wir leiden alle. Unter Bewegungsmangel, ich merke das selber, man bleibt so viel wie möglich zu Hause und ist dann eben gewillt, mal nichts zu tun. Und so ein Fahrrad jetzt zum Beispiel wäre eine Hilfe, ein Laufband ist eine Hilfe, Hauptsache sie tun etwas oder verschenken solche Sachen, die man tun kann. Und so eine Uhr ist da natürlich erstmal der erste Schritt, der virtuelle Tritt in den Hintern, dass wir uns bewegen. Das finde ich schön, aber auch schön, dass man sich die Vitalwerte anzeigen lassen kann, was du gerade gesagt hast. Puls, EKG, Blutdruck, alles auf einen Blick und dann auch in der Auswertung, wenn man das möchte, auf der App. Ja und auch nochmal wieder möchte ich es erwähnen, das ist wirklich auch was für digitalen Muffeln. Meine Mama, die ist auch über 70 und eigentlich wird sie sagen, oh traue ich mich nicht, aber man trägt die Uhr und dann lernt man es einfach beim Tragen, weil diese Vitalwerte werden ja automatisch übertragen. Dann guckt man auf diese App und dann zack sieht man wieder hier Blutdruck, EKG-Möglichkeit, Herzfrequenz. Also das ist kinderleicht und ich sage Ihnen, das wird so ein kleiner, bester Freund, weil man wird dann immer mehr ein Auge drauf werfen. Wie ist der Blutdruck oder eben auch mal, ach ich lasse mal ein EKG eben mal selber hier am Handgelenk machen. Einfach den Finger an den Sensor halten und dann misst das Gerät und praktisch in Echtzeit haben sie es dann übermittelt auf die App, auf dem Handy, alles im Blick. Und was ich auch noch mal dazu sagen möchte, ist hier diese Ladestation, die ist total cool. Ich finde es wirklich schön konzipiert, weil für so einen kleinen Preis, 65,85 Euro, da kann man auch gern mal eine Null dranhängen. Es gibt da so teure Marken mit ganz viel Schnickschack, die sehen aber genauso aus und die können auch nicht viel, viel mehr. Aber ich finde es wirklich preis-leistungstechnisch genial. Schauen Sie mal hier diese Ladebuchse sozusagen, einfach rausnehmen aus der Buchse, et voilà. Dann habe ich jetzt hier mal das andere Ziffernblatt drauf, das ist hier chronologisch, meins habe ich ja auf digital eingestellt. Da sehen Sie den Unterschied. Ich finde es einfach wirklich klasse. Also für das Preis-Leistungs-Verhältnis und ganz einfach auch zu bedienen, auch für ältere Menschen, wirklich, wirklich. Und ich höre gerade, UVP liegt bei 150 Euro, meine Damen und Herren. Und das ist die Uhr, diese Fitnessuhr auf jeden Fall wert. Dafür, dass Sie so ein sicheres Gefühl haben, die Vitalwerte im Blick haben, in Kontakt stehen mit Ihren Freunden und alles direkt im Blick und wirklich, wirklich einfach. Und das ist ja auch so ein tolles Design. Das ist halt genau dieses Design, was heutzutage eben diese Trendsetter tragen, aber eben zum kleinen Preis. Aber trotzdem kann sie ganz genau das Gleiche und vielleicht, ja, eben noch mehr. Wasserdicht, super günstiger Preis, nochmal 149,90 Euro ist die unvermündliche Preisempfehlung. Und Ihr TV-Sonderpreis jetzt 65,85 Euro. Und bei der Preisersparnis kann man ruhig auch zwei bestellen, den Partner mit motivieren. Das ist die Motivation, die vielen uns fehlt, weil wir wissen das auch, je weniger wir tun, desto träger werden wir. Wer rastet, der rostet und auch viele Mediziner sagen, Bewegungsmangel kann zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen. Und das wollen wir alle nicht. Trotz der schweren Situationen bewegen Sie sich und lassen Sie sich erstmal motivieren. Und gerade das, wenn man sich Ziele setzt und dann abends sieht, es fehlen noch 500 Schritte, dann laufen Sie halt noch einmal um den Block. Oder nehmen mal nicht den Aufzug, sondern gehen die Treppe hoch und runter, fahren mal nicht mit dem Auto zum Bäcker, sondern gehen diesen Weg. Und das ist eben die Motivation, die man braucht. Und das ist eben Technik, die begeistert. Ja, es ist wirklich begeisternd und auch so ein Ansporn, den man entwickelt. Also ich trage sie ganz gerne an meinem Handlenk. Ich werde sie auch ungerne jetzt ausziehen, weil ich möchte natürlich schon wissen, habe ich dann die 10.000 Schritte erreicht? Und wie war meine Herzfrequenz? Also man hat wirklich alles im Blick. Man hat ein gutes Gefühl, was man da kauft. Und man kann sie auch vom Design so einstellen, wie man es möchte. Da haben Sie gerade das chronologische Ziffernblatt gesehen. Ich habe es mir digital eingestellt. Kinderleicht in der Bedienung. Das verspreche ich Ihnen hoch und heilig. Und Sie werden eine riesen Freude haben, das zu bedienen oder auch als Motivator zu nutzen. Und das Pärchen, der Pärchen-Effekt, da steigern Sie dann nochmal die Motivation. Ich sage Ihnen jetzt die Bestellnummer, damit Sie dieses super günstige Angebot auch wahrnehmen können. Das ist die NX 4589 und die 569. Der Preis 65,85 Euro. Nochmal kommend, und das ist schon günstige, unverbindliche Preisempfehlung, kommend von 149,90 Euro. Und während wir hier uns die Vitalwerte jederzeit anschauen können, also haben wir jetzt ein medizinisches Messgerät. Das ist gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Herzrhythmus haben und das auch mal wirklich hier katalogisieren wollen, also aufzeichnen wollen. Da ist dieses Gerät genau richtig. Genau, du sagst es. Man hat nämlich auch hier eine Speicherfunktion von 20 Plätzen. Man hat also auch immer im Blick, wie sich eben Herzfrequenz, die EKG-Kurve und der Herzrhythmus entwickeln. Und das ganz einfach mit einem Knopf zu bedienen. Und Sie haben auch gleich mehrere Stellen, wo Sie es ansetzen können. Man kann es zwischen den Fingerspitzen, man kann es aber auch am Handgelenk und der Fingerspitze machen. Und das werde ich jetzt einfach mal vorführen. Und dann können Sie sich überlegen, möchte ich es auf 30 Sekunden, 10 Sekunden oder 15 Sekunden einstellen. Schauen Sie mal, da zählt es jetzt runter. Da sehen Sie auch das Farbdisplay, kann man vielleicht gut sehen. Guck mal, bis es dann soweit ist, auf, ups. Ja, ich müsste jetzt natürlich auch ruhig sein und mich nicht bewegen. Und deswegen machen Sie es natürlich im Ruhezustand, setzen Sie sich hin. Und dann können Sie sich überlegen, entweder hier Handgelenk, Finger, Zwischenfinger. Man kann es sogar auch hier oben an der Brust machen. Und dann ganz hier wie unser Konstantin, unser Kameramann, der sitzt natürlich auf einer Bank, entspannt. Und möchte jetzt mal spontan seinen Herzrhythmus messen, weil er sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlt. Und vielleicht ist es so ein Gefühl, was man hat. Und es gibt ja viele, die auch so ein bisschen Angst haben vom Schlaganfall. Da haben Sie so ein bisschen Sicherheit. Es ist ein Minigerät, es ist wirklich ganz klein, es ist mobil, es ist mit Akku. Da können Sie bis zu 500 Mal messen. Und da kaufen Sie sich wieder so ein bisschen Sicherheit. Ist es nur ein Unwohlsein oder ist es ein bisschen was Schlimmeres? Und das können Sie ja täglich direkt so oft machen, wie Sie es möchten. Richtig. Und dann eben auch alles im Blick behalten. Und wenn ich jetzt bedenke, dass wir hier jederzeit EKG machen können, und zwar wie beim Arzt. Das ist ein medizinisches, zugelassenes EKG-Messgerät mit Medizinzulassung Klasse 2a. Und ich habe hier mal mit einer Arzthelferin eines Kardiologen gesprochen. Und der hat zu mir gesagt, und das war wirklich wortwörtlich so, wenn mein Chef was zu sagen hätte, müsste jeder Patient von Ihnen ein solches Gerät immer dabei haben. Weil oftmals ist es ja so, du hast vielleicht leichte Beschwerden, machst einen Termin beim Arzt und dann kriegst du dort einen Termin fürs EKG und da ist wieder alles in Ordnung. Hier kann man einfach mal zwischendurch sich genaue Messergebnisse anzeigen lassen. Und Danny hat es gesagt, verschiedene Messpunkte, das kann Brust, das kann Arm, das kann Bein sein. Ja, aber eins haben sie alle gemeinsam, sie sind sicher und solange man nicht spricht, nebenher nicht reden. Einfach ruhig sein während der 10, 15, 20 Sekunden Messung, dann bekommt man auch relevante Ergebnisse. Du gibst mir ein Zeichen, wenn deine Messung durch ist, ist durch. Also jetzt bin ich gespannt, halt noch 3, 2, 1, jetzt ist die Messung fertig. So, und jetzt sieht man auch alles okay, ich bin beruhigt, weil vorher hatte ich eine leichte Arrhythmie. Das musste daran liegen, dass ich Gesprächen hatte und ein bisschen Adrenalin im Blut natürlich, weil wir hier moderieren und aktiv sind. Aber es ist ein akkurates Gerät, es ist schnell. Setzen Sie sich in Ruhe hin, Sie kennen das Prozedere. Das ist wirklich, das können Sie in die Brusttasche stecken, in die Hosentasche, Handtasche. Und dann haben Sie wirklich so ein sicheres Gefühl, eine akkurate, schnelle Messung. Wissen, was die Herzfrequenz macht. Oder auch die EKG-Kurve und eben auch Herzrhythmus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben viele, viele Menschen haben in Deutschland Angst vor dem Schlaganfall. Und somit so ein gutes Gefühl zu kaufen für so einen kleinen Preis ist sehr sinnvoll. Und da muss man sich auch nicht schämen, das vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk zu verpacken. So als kleines Nebenhergeschenk fände ich das auch eine schöne Idee. Das kommt von Herzen und man möchte ja was Gutes für unsere Mitmenschen. Und da kann man das auch. Das ist auch ein Zeichen von Liebe, finde ich. Und Ihr Kardiologe oder der Kardiologe des Beschenken wird sich freuen, wenn man dann mit relevanten Daten zum nächsten Termin kommt. Weil alle Daten können Sie jetzt auch ganz einfach auf Ihr Smartphone übertragen. Und das sieht dann aus wie so eine EKG-Kurve bei Kardiologen. Und das dürfte dann auch in vielen Fällen sehr, sehr hilfreich sein. Also ein medizinisches Produkt der Klasse 2a, um relevante Messwerte jederzeit mobil zu Hause oder unterwegs erstellen zu können. Auch hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 150 Euro. Und Sie sehen, fast halbiert. 75 Euro und 27 Cent. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und Sie verschenken hier nicht nur Gesundheit oder gesunde Werte, sondern eben auch die Sicherheit. Das sichere Gefühl. Ist alles in Ordnung? Man fühlt sich ein bisschen unwohl. Woran liegt es? Ist es einfach nur ein bisschen schlecht unterwegs oder ist es vielleicht was Ernsteres? Und dieses Gerät zeigt Ihnen übrigens auch abnormale Sachen an. Also wenn es mal nicht normal läuft, dann zeigt es Ihnen gleich, was hier jetzt Verdacht wäre. Genau. Unauffällig sowie auffälle Ergebnisse werden alle angezeigt. Ich habe jetzt gerade nochmal hier so meinen typischen Messposition eingenommen. Und jetzt ist wieder alles gut. Ich habe hier eingestellt 10 Sekunden. Sie können aber auch 20 oder 30 Sekunden lang messen. Sie können sogar auch einen Piepston einstellen, damit Sie den Herzschlag mithören. Das ist ja einfach, wie Sie es möchten, auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten. Also wirklich ganz einfach eine Handhabung. Ein Bedienungsknopf. Ein Bedienungsknopf zum Messen. Zwei Sensoren können Sie ansetzen. Vielseitig. Entweder am Fußgelenk, am Handgelenk, zwischen den Fingern oder sogar auf der Brust. Und dann haben Sie wirklich auch so ein Stück Sicherheit gekauft. Und wenn Sie sich nur unwohl holen, ist es gut. Wenn es Ihnen nicht so gut ist, dann kann es vielleicht auch ein Lebensretter sein. Richtig. Und das wäre natürlich der Optimalfall, beziehungsweise, dass man eben die Sicherheit verschenkt, dass es nicht zu kritischen Situationen kommt. Die Bestellnummer für unser mobiles medizinisches EKG-Messgerät mit der medizinischen Zulassung der Klasse 2a ist die NX 4590. Und die 569, die unvermittliche Preisempfehlung hier auch, 150 Euro, aber für Sie 75 Euro und 27 Cent. Schenken Sie sich Sicherheit und auch ein wenig Gesundheit. So, ich hatte es eingangs gesagt, wir beginnen mit der Motivation und mit der Kontrolle. Das hatten wir gerade mit Fitnessarmband und auch natürlich mit diesem mobilen EKG-Gerät. Und jetzt kommen wir zur Bewegung. Und jetzt behaupte ich einfach mal, auch egal wie klein Ihre Wohnung ist, Sie haben Platz, sich zum Beispiel mit einem Heimtrainer zu bewegen. Ich und Christen, wir machen das, na Christen und ich, wir machen das jetzt schon seit, das sind wir raten, 18 Minuten. Und ich kann Ihnen sagen, ich fühle mich gut. Und das ist so ein Heimtrainer, den ich mir absolut gefallen lasse. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit meinem rechten Knie, Moment, mein Meniskus zwickt ein bisschen. Aber das hält mich nicht ab vom Radfahren. Und ich muss sagen, dieser Heimtrainer ist ein Heimtrainer der Extraklasse. Und ohne zu übertreiben, ich fühle mich wohl drauf. Ich fühle mich dadurch schon mal viel, viel wohler, weil ich mich bewege. Und weil ich jetzt gesagt habe, Platz ist in der kleinsten Hütte. Also auch wenn Sie wenig Platz haben, wird Ihnen Danny das jetzt beweisen. Die Aussage, die ich gerade getroffen habe. Ja, 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 ich liebe das wieder, meine Beweise hervorzubringen. Und deswegen muss ich einmal Christen bitten, vom Fahrrad runter zu gehen. Do you mind getting off this for one second? Ich möchte Ihnen nämlich zeigen, dass Sie zu Hause Platz haben. Also Sie haben keine Ausrede, ich habe keinen Platz. Ich zeige Ihnen jetzt, dass Sie den Platz haben. Denn es ist nämlich ein Klappheimtrainer. Und mit einem kleinen Stift, der in einer Arretierung steckt, ja, faltet sich dieses süße Klapprad zusammen. Und schauen Sie mal, wir haben eine Jolly-Funktion. Das heißt, ich kann dieses Fahrrad, kommen Sie mal mit hier, ich komme mal zu Ihnen. Ich kann es, ah, ja, vielleicht ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer, ins Büro und wieder zurückfahren. Ja, wir haben hier einen Teppich, das ist natürlich nicht so ideal. Aber ich schiebe es mal zurück. Wie rum hätten Sie es? Ich drehe es mal andersrum, damit wir von der Küste gleich das Display auch sehen. Das möchte ich Ihnen später auch noch zeigen. Aber das ist ja schon mal genial. Viele Heimtrainer, also solche Heimfahrräder, die stehen den ganzen Tag im Weg. 30 Minuten ist man vielleicht drauf und 23 Stunden und 30 stehen Sie im Weg rum. Das ist hier nicht so. Sie holen es, wenn Sie es brauchen. Und dann setzen Sie sich drauf, einmal arretieren und schon geht es los. Und was ich sehr, sehr mag, ist die bequeme Sitzhaltung. Weil man kann sich hier auch als älterer Mann mal anlehnen, auch mal an der Seite halten. Und die Bewegung ist natürlich wichtig. Jetzt hast du auch vom Display erzählt, weil dieses Display hilft uns auch noch ein bisschen beim Training. I'm gonna have to leave it this way, just to show the display. Ich muss einmal den Display zeigen, deswegen müssen wir es einmal so lassen, auch wenn wir dich gerne von vorne sehen. Schauen Sie mal, auch die Rückenlehne, die ist super bequem, gepolstert, aber eben auch klappbar. Schauen Sie mal, hier, das ist gepolstert, der Sitz, die Einstieghilfe ist toll. Man hat einen niedrigen Einstieg und jetzt zeige ich Ihnen direkt auch das Display, oder? Wo wir jetzt schon mal hier sind. Schauen Sie mal, Sie haben ein richtig schönes, übersichtliches Display und eben alles im Blick. Sie können hier auch ein Tablet hinlegen oder ein Buch, das ist eine schöne Ablage. Und dann drücken Sie aufs Knöpfchen, dann sieht man hier Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien und für mich wirklich das A und O. Ein bisschen größer, die kann man hier die Pulssensoren sehen, weil hier haben Sie immer Ihren Puls im Blick. Das ist doch wunderbar. Und das alles für einen Preis von nur 150,58 Euro. Das ist für mich heutzutage unabdinglich. Das gehört in jeden Haushalt, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, wo wir das Haus nicht verlassen sollen. Wir sollen uns trotzdem bewegen. Die Fitness darf nicht leiden, das Immunsystem muss gestärkt werden. Dann können wir nämlich, wie du schon mal gesagt hast, so den Wellenbrecher spielen. Wir müssen alle was auch für die Gesellschaft tun. Wir sind ja alle in so einer Abwärtsspirale. Wir bewegen uns immer weniger und dadurch werden wir unbeweglicher und irgendwann sitzt man nur noch rum. Dem müssen Sie entgegenwirken. Wellenbrecher hat sie gerade gesagt. Sie können ja nebenher gerne Ihre Lieblingsserie hören oder anschauen oder Musik hören. Musik belebt immer ein bisschen. Es ist schön, dass hier gerade ein bisschen sportliche Musik eingelegt wird. Dann lege ich gleich mal noch eins zu. Aber es ist einfach sehr, sehr angenehm. Auch muss ich sagen, Danny, man sitzt hier unglaublich weich. Das ist man nicht gewohnt von Heimtrainer. Ja, man sitzt wirklich schön komfortabel. Man hat die wunderbare Rückenlehne gepolstert. Man hat den Sitz gepolstert. Einen niedrigen Einstieg. Schöne Griffe zum Festhalten beim Einsteigen. Hier auch nochmal alles schön gepolstert. Pulssensoren für mich das A und O an so einem Fahrrad. Und hier jetzt zu unserem Goldstück. Das ist unser Motor. 2,5 Schwimmungsmasse. Ich meine, Sie sind der Motor, aber hier ist eben sozusagen das Trittvolumen. 2,5 Schwimmungsmasse heißt, es ist ein runder, leiser Tritt. Sie können da bei Fernseh gucken. Sie stören nicht den Partner, der daneben sitzt. Das hört man kaum. Und Sie haben hier eine Möglichkeit, acht verschiedene Widerstände einzustellen. Also von eins bis acht. Und Sie werden sehen, wie Sie auf einmal mehr Kraft haben. Ja, ein bisschen mehr Cardio. Ein bisschen Herz-Kreislauf-Training machen. Ein bisschen fitter werden. Und auch Lust haben. Sie produzieren ja Endorphine. Das heißt, Sie werden glücklicher automatisch. Kriegen rosige Bäckchen. Und Ihnen geht es einfach besser. Und ich werde Ihnen noch was sagen. Ja, der Herr Jansen hat auch so ein bisschen Meniskusproblem. Ich auch schon. Ich bin noch ein paar Jährchen jünger. Aber das Meniskusproblem habe ich jetzt schon. Und wissen Sie, was mein Physiotherapeut gesagt hat? Morgens und abends eine Viertelstunde Fahrrad fahren. Voila. Mehr ist es nicht. Man ölt die Knie. Man schmiert sozusagen die Knie. Die durchbluten sich. Und dann hat man so eigene Heilungsprozesse, die man aktiviert. Man kann dann auch wieder mithalten. Man ist fröhlicher. Man kommt die Treppen schneller rauf. Und das ganz einfach in dem eigenen Zuhause. Hier, gucken Sie mal. Eine Arretierung reingesteckt. Auseinandergefaltet. Dorthin stellen, wo Sie es möchten. Vor dem Fernseher. Auf dem Balkon. Aus dem Fenster schauen. Sie können ja auch Alltagsklamotten anlassen. Sie müssen ja nicht wieder ganz entspannt. Das ist richtig entspannt. Aber das, was du vorhin gesagt hast mit Meniskus. Man ist ja auch versucht, Sie vielleicht auch zu Hause, das als Entschuldigung zu nehmen. Oh, ich darf nicht raus. Oh, ich habe keinen Platz. Oh, ich habe meine Zipperlein. Mir tun das Knie oder Hüfte weh. Nein. Suchen Sie nicht immer Entschuldigung bei sich selber nichts zu tun, sondern tun Sie etwas. Und dieses Gerät ist wirklich prädestiniert. Auch für mich mit meinem Meniskuschaden kein Problem. Ich muss einfach nur die Stärke mir entsprechend einstellen. Und das ist eine Investition, damit Sie beweglich bleiben. Auch in der schlimmsten Situation. Und das zum wirklichen TV-Sonderpreis. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 270 Euro. Und für Sie jetzt 150 Euro und 58 Cent. Und die 58 Cent sind ganz wichtig, weil dadurch sparen Sie sich die Versandkosten. Weil alles bei uns über 150 Euro ist Porto und Versandkosten frei. Das heißt, das wird zu diesem Endpreis bis vor Ihre Haustüre gelegt. Und schon kann es losgehen. Was natürlich auch schön ist, du brauchst nicht mal einen Stromanschluss. Nee, wir sind komplett kabellos. Wir haben hier diese Jolly-Funktion. Das heißt, man rollt das Klappfahrrad, Ihren neuen Heimtraimer, von Schlafzimmer, Büro, Flurbalkon, wo auch immer Sie es möchten. Ich habe es Ihnen gezeigt, es ist eine Arretierung, zusammenklappen und dann auf den Rollen von A nach B nehmen und da wieder auseinanderklappen. Es passt unter Ihr Bett, es passt hinter die Tür, es passt neben einen Schrank. Sie können es einfach gut verstauen. Für 150 Euro, meine lieben Damen und Herren, es ist ein Muss heutzutage. Jeder hat die Verantwortung, für sich was Gutes zu tun, Immunsystem zu stärken. Und dann können wir auch so ein bisschen zusammenhalten und gegen diese blöde Geschichte antreten. So gesellschaftlich halten wir da zusammen. Das ist einfach eine tolle Idee, als Wellenbrecher sozusagen. Es ist wirklich eine Investition in Ihre Gesundheit, in Ihre Psyche. Sie werden sich einfach besser fühlen und Sie werden auch sehen, vielleicht kommt die ganze Familie vor und sagt, ich will auch mal rauf. Kann ich mal auch mal eine Runde fahren, bitte? Das ist ja so, da kann nicht nur einer drauf. Da kann wirklich die ganze Familie, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn, kann hier drauf sitzen und trainieren. Und wenn es gerade nicht trainiert wird, dann klappt man es zusammen und schiebt es aus dem Weg. Weil ich habe das selber bei mir erlebt. Meine Mutter hatte jahrelang einen solchen Heimtrainer bei einem Festen im Wohnzimmer stehen. Und irgendwann hat sie gesagt, der steht so im Weg rum, macht den mal weg. Und dann hat es ihn einfach nicht mehr benutzt. Aber so können Sie auch das sicher sich garantieren. Sie haben ihn spielerisch mit Trolley-Funktion jeden Tag dort, wo Sie ihn haben möchten. Ob vor der Musikanlage, bei bester Musik oder vielleicht vor dem Fernseher. Setzen Sie sich Ziele, zum Beispiel ein Zeitlimit. 30 Minuten oder Kilometer, 5 Kilometer. Oder Kalorienverbrauch. Sagen Sie die nächste Sache, Torte. Ja, bis ich die Kalorien weg habe. So lange fahre ich Fahrrad. Ganz egal was. Hauptsache Sie tun was oder Sie verschenken eben auch Bewegung an einen lieben Freund, ein liebes Familienmitglied. Und für unseren TV-Sonderpreis ist es auch erschwinglich. Nochmal, 150 Euro und 58 Cent, das ist unser TV-Sonderpreis. Und es ist eigentlich in der Zeit unbezahlbar, sich ein wenig zu bewegen. Wer das jetzt nicht tut, wird es später sehr, sehr stark bereuen. Weil wir sind alle viel, viel mehr zu Hause, werden das wohl, so wie es aussieht, auch in nächster Zeit bleiben. Und dann ist es umso wichtiger, nicht zu rosten. Oder was meinst du? Nee, wer rastet, der rostet. Und ganz ehrlich, Fahrradfahren ist das Gesündeste für die Gelenke. Wenn man so ein bisschen Knie- oder Hüftprobleme hat, dann ist es umso wichtiger, das tut mir leid, dass Sie sich aufs Fahrrad schwingen. Das ist nämlich wenig belastend, also Sie können ja auch auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Aber es fördert trotzdem auch so ein bisschen Gesundheit, Fitness und auch die Knie. Ganz wichtig, Knie, Fußgelenke, Hüfte, die sind so wichtig. Also das schmerzt ja, wenn wir die nicht ölen. Und das Immunsystem an allererster Stelle. Wir müssen ja schon irgendwie schon stark und fit machen. Und dann sind wir auch der Wellenbrecher, vielleicht auch ein Vorreiter und können wirklich ein gutes Zeichen setzen. 150 Euro für so einen tollen Klapp. Heimtrainer mit einem wunderbaren Computer, mit 2,5 Kilo Schwungmasse. Hier Pulssensoren, das ist eine einmalige, kleine Investition. Was ist denn das schon? 150 Euro dafür, dass Sie in Ihre Gesundheit investieren. Also Immunsystem wird gestärkt. Und Sie werden sehen, dass Ihre Psyche viel positiver sein wird. Also das ist einfach ein Master für jeden Haushalt heutzutage. Sie haben jetzt nur mal auf mich geschaut. Ich sitze jetzt schon 30 Minuten hier auf diesem Heimtrainer und ich fühle mich wohl. Das knieet schmerzt nicht, aber ich habe das gute Gefühl, etwas für mich, für meine Gesundheit, für meine Beweglichkeit, aber auch für meine Abwehrkräfte getan zu haben. Und das können Sie auch. Sie bekommen diesen Klapp-Heimtrainer der besonderen Art mit der Bestellnummer NX 7902 und der 569 und der Preis TV-Sonderpreis exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer für 150 Euro und 58 Cent. So, das wäre Radfahren, das würde ich auch älteren Personen, die es vielleicht mit den Knien oder mit den Sprunggelenken haben, immer raten. Setzen Sie auf den Heimtrainer, bewegen Sie sich, schauen Sie nebenher die Nachrichten, die Lieblingsfernsehserie oder hören Sie motivierende Musik. Dann fliegt die Zeit natürlich ganz, ganz schnell hinweg, über Sie hinweg und ruckzuck haben Sie was getan fürs gute Gefühl. Jetzt ist aber nicht jeder von Ihnen so ein Radfahrertyp, das kann ich auch verstehen. Viele sagen auch Laufen ist meine Passion. Jetzt ist es kalt, es ist früh dunkel, es ist nass, unter Umständen liegt Schnee und dann hat man auch immer tausende Ausreden, warum man jetzt nichts tun soll. Ein Laufband wäre da toll. Da kommt wieder das Problem Platzmangel. Wo soll ich so ein Riesenlaufband hinstellen? In dieser Sendung zeigen wir Ihnen, dass ein Laufband überhaupt kein Problem ist, sondern dass Sie Ihr Laufband überall hinstellen können und dass es eigentlich nicht größer ist als ein Bügelbrett, oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Deswegen bin ich hier wieder mit meiner Jolly-Funktion, also hier mit dem Laufband unterwegs und gehe Gassi mit diesem Laufband. Also Sie haben Platz, diese Ausrede, habe ich Ihnen jetzt leider genommen, hier ganz einfach von A nach B zu schieben durch diese Rädchen, die wir unten installiert haben für Sie. Schauen Sie mal, eine Arretierung und zack, schon haben Sie das Laufband startbereit. Also es ist wirklich die Ausrede, kein Platz, tut mir leid, sorry, den haben Sie nun mal. So, und Bewegung steht an erster Stelle, Gesundheit an erster Stelle, das können Sie gerne unterm Bett verschwinden lassen oder neben Schrank, hinter die Tür. Es ist ganz einfach zu bedienen und hervorzuholen von unterm Bett oder wo auch immer Sie gerade möchten. So, unsere liebe Diana, die hat ja auch einen schönen Schritt drauf, so können Sie es auch machen. Sie müssen nicht sprinten, hechten, rennen, Sie können einfach nur einen schönen langen Schritt machen, einfach richtig schön bedacht, walken sozusagen. Wir haben hier auch ein gefedertes Brett, das hier richtig schön die Schwingungsmasse auffängt. Also wir haben hier richtig schön auch ergonomisch leicht angepasst, damit die Knie nicht leiden und hier, es fängt immer die Schwingung auf. Das ist wirklich wunderbar für die Knie, also ganz, ganz fein. Wenn Sie sagen, ja, lieber vorsichtig, gar kein Problem. Diana hat einfach die ganze Zeit einen schönen langen Walk gemacht. Wir haben ja auch wieder einen Boardcomputer, der Ihnen alles anzeigt. Sie haben alles im Blick. Hier einmal kann man durchscannen, man kann die Geschwindigkeit einstellen, man kann die Zeit einstellen und natürlich Distanz. Und ganz wichtig für uns Frauen, die Kalorien, genau. Ich habe nämlich gestern Plätzchen gebacken. Oh, 200 Kalorien hat Diana verbraucht und nur vom Walken. Also du musst ja jetzt nicht rennen oder irgendwelche Sprints hinlegen. Einfach nur so, man kann das vorm Fernsehen machen, meine lieben Damen und Herren. Und schon haben Sie Ihren Schweinehund überlistet, haben was für Ihr Herz-Kreislauf-System gemacht und Ihr Immunsystem gestärkt und können dann wieder ein bisschen mehr Plätzchen essen. Also ich habe gestern gebacken und ich muss mich bewegen, sonst darf ich die ja nicht essen, oder? Vielleicht auch noch das natürlich schön für die Vorsätze fürs neue Jahr. In wenigen Tagen ist übrigens unser beliebtestes Laufband wieder lieferbar. Das heißt, jetzt vorbestellen und dann kommt es auch sicher in den nächsten Tagen zu Ihnen. Und dann können Sie erstens mal jetzt sich schon mal ein bisschen bewegen. Und Danny hat das wunderbar gesagt, ob das Gehen, Walken, Laufen oder natürlich Joggen ist, ist Ihnen überlassen. Alles ist hier möglich und Platz ist in der kleinsten Hütte. Selbst wenn man nur so eine 1-2-Zimmer-Wohnung hat, kein Problem, weil Sie haben es gesehen, zusammenfaltbar und dann nicht größer als ein Bügelbrett. Der Preis ist auch sehr klein, 243,59 Euro und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro. Und das ist ein ganz realistischer Preis. Und Sie sehen auch immer Ihre Fortschritte. Sie können Laufstrecken einstellen oder sagen, ich laufe jetzt 5 Kilometer, können auch nur 1 oder 2 Kilometer sein. Oder Zeitlimits oder Kalorienlimits. Weil Ihnen wird ja alles angezeigt auf diesem wirklich tollen, tollen Laufband. Und was mir besonders gut gefällt, ich bin jetzt direkt nebendran, es ist sehr, sehr leise. Ja, ja, also diese Masse wird gut aufgefangen, wir haben ja so einen schwingungsdämpfenden Unterboden, der leicht geneigt ist, damit es auch gut für die Knie ist. Es ist sehr laufleise, also man kann das auch gerne im Wohnzimmer vorm Fernsehen machen. Dann haben Sie, wie gesagt, Ihren Schweinehund überlistet, das ist ja gar kein Problem. Hier bei diesem wunderbaren Mini-Laufband, klappbar und einfach zu bedienen, hier, wow, 30 Minuten hast du geschafft. Das ist der Wahnsinn, 3 Kilometer ist jetzt gewalkt, fühlt sich besser, hat rosige Bäckchen. Wir haben aber auch, wenn Sie sagen, ich brauche aber so ein bisschen Abwechslung, wir haben drei verschiedene Modi, die Sie hier wählen können, damit Sie auch mal so eine andere Strecke imitieren können sozusagen oder auch kurze Sprints da mit dabei. Da werden Sie dann sehen, wenn Sie erst mal anfangen, werden Sie dann auch noch Lust haben auf mehr und anders. Man kann hier zum Beispiel auch beim Gehen so vielleicht mal die Knie anheben, denn Sie haben ja auch hier eine schöne Halterung, damit Sie nicht stürzen können. Und was apropos Sturz, ganz, ganz wichtig, was wir gar nicht erwähnt hatten, wir haben hier so eine Notstopp-Funktion. Die hat Diana an ihrem Hemd angebracht, das heißt, würde sie stürzen, dann würde das Gerät sich sofort ausschalten. Also wir haben natürlich an Sicherheit an erster Stelle gedacht. Und wenn sie stürzen würde, das kann man gerne mal demonstrieren, dann hört das Laufband direkt auf. Voilà. So, also Safety first, an alles gedacht. Klappbar, gut für die Knie, wegen dem schwimmungsdämpfenden Effekt. Drei Modi, falls Sie ein bisschen Abwechslung brauchen. Wir haben einen rutschfeste Untergrund, damit Sie nicht ausrutschen. Und eben alles im Blick, sogar Kalorien, Distanz, Timer und Geschwindigkeit. Also es ist wirklich, wie gesagt, entweder brauchen Sie das Fahrrad oder Sie müssen sich so eine Laufbahn anschaffen. Weil heutzutage müssen wir alle was tun, damit wir gesund bleiben, also unsere Fitness ein bisschen fördern. Das heißt, das Immunsystem stärken. Und schauen Sie mal, Variation ist ja so ein bisschen das Gewürz des Lebens. Man kann auch einfach hier langsam laufen und über Kreuz laufen. Gerade in der jetzigen Situation muss man sich beschäftigen. Und das ist doch was Positives. Wenn man sich selber als positives Hobby sozusagen sieht. Das ist doch schön. Einfach kein schlechtes Gewissen haben. Nicht rosten, weil man gerastet hat, sondern sich ein klein wenig bewegen. Ob das jetzt das Fahrrad ist, auf dem ich sitze und Christen sitze oder ein Laufband. Das ist natürlich Ihre Entscheidung, wo Sie sich wohler fühlen. Aber hier beim Laufband, und ich kenne viele meiner Freunde, die sehr gerne laufen. Hier beim Laufband ist es wirklich so, dass bei jeder Witterung gelaufen werden kann. Und natürlich auch in der kleinsten Hütte. Nochmal, Sie brauchen knapp einen Quadratmeter Platz zum Aufklappen. Und dann können Sie loslegen. Und nochmal, Bewegung ist nicht nur gut für unser Inneres, dass wir uns besser fühlen, sondern auch für die Abwehrkräfte. Denn hier ein bisschen Sport. Sport in Maßen, das stärkt unser Immunsystem. Und dementsprechend werden wir dann auch resistenter gegen zum Beispiel Grippeviren oder ähnliches. Also auch da geht man einen Schritt nach vorne, wenn man sich ein bisschen bewegt. Tun Sie das. Gehen Sie den Schritt nach vorne. Und wenn Sie jetzt wirklich gerne gehen, walken, laufen, joggen, dann ist das Laufband allererste Wahl in wenigen Tagen endlich wieder lieferbar. Ja, also wirklich, jetzt müssen Sie sich entscheiden, möchte ich lieber Fahrrad fahren oder laufen. Aber dieses Laufband ist unter unseren Laufbändern wirklich das beliebteste, weil es ist klein, kompakt, aber trotzdem kann es genau das, was man eben braucht. Man hat einen schwingungsgedämpften Unterboden, rutschfest natürlich. Sie haben ein Display hier, damit Sie alles im Blick haben. Also Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und Kalorien ganz wichtig für die Frauen unter uns. Und natürlich hier Notstoppfunktion und Haltegriffe, damit Sie sich auch gerne festhalten können, wenn Sie mal die ein oder andere Übung darauf machen, wie zum Beispiel Knie anheben oder größere Schritte oder seitlich überkreuz gehen. Also das ist einfach etwas, was Ihnen Freude bringen wird. Sie werden sich stärken, Ihr ganzes System wird besser werden und Sie werden sich besser fühlen und auch besser aussehen. Aber Sie werden dann auch mehr Freude am Leben halten, also mehr Lebensqualität tatsächlich, wenn Sie sich ergattern. Und dann können Sie auch wieder mithalten oder schneller die Treppen rauflaufen und nicht immer ein Päuschen machen müssen. Hiermit machen Sie sich so ein bisschen fitter. Aber die Fitness, das ist auch das, was unser Immunsystem eben stärken wird. Dann kommen wir auch besser durch diese schwierige Situation jetzt. Ich muss sagen, das hier passt bei mir. Ich habe ein etwas höheres Bett, unters Bett. Aber ich weiß nicht, wo passt es bei Ihnen? Vielleicht hinter den Schrank oder hinter die Tür? Hast du einen Platz, wo es verstauen wird? Ja, da, wo das Bügelbrett steht. Das steht bei mir zwischen Schrank und Wand. Genau. Also da passt das hin. Richtig. Also ist nicht viel größer und wird dann rausgeholt, wenn ich es brauche. Und dann geht es los. Ob beim langsamen Gehen, beim etwas entschiedeneren Walken oder dann sogar zu Joggen kommen. Hauptsache, Sie tun etwas. Damit wir nicht alle aufwachen und die Krise ist vorbei und wir gehen raus und kriegen keinen Fuß mehr vor den anderen, weil wir faul und drehig geworden sind und die Gefahr besteht. Bewegungsmangel, das ist das Wort, was man jetzt überall hört. Gehen Sie dem entgegen. Tun Sie etwas für sich. Nicht rasten, sondern etwas tun. Für sich, für Ihre Gesundheit, für Ihre Abwehrkräfte oder natürlich auch für die ganze Familie. Oder Sie verschenken das natürlich auch an jemanden, bei dem Sie wissen, der würde gern laufen, aber die Situation lässt es nicht zu. Dann ist es natürlich auch ein perfektes Geschenk. Für 243,59 Euro natürlich auch wieder Porto und versandkostefreie Lieferung an Sie. Und nochmal, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 399 Euro. Also da gleich zuschlagen, damit Sie bei der nächsten Lieferung in wenigen Tagen dabei sind. Und dann auch vielleicht die guten Vorsätze, sich mehr zu bewegen, ins neue Jahr zu übernehmen. Und da ist es ganz egal, ob Sie schon lange nichts mehr gemacht haben, jetzt wieder anfangen wollen oder ob Sie eigentlich ein durchtrainierter Mensch sind. Weil unsere Geräte, die können von jedem genutzt werden. Ob jung, ob alt, ob fit oder weniger fit, ob Couch-Potato oder Sportler. Hier ist man immer an der richtigen Stelle und man macht es zu Hause. Für viele ist es wichtig, dass man nicht irgendwo an einem fremden Ort muss. Sich vielleicht noch großartig umziehen muss, vorbereiten, lange Wegstrecke in Kauf nimmt. Ist jetzt im Moment sowieso nicht möglich. Aber hier haben Sie alles zu Hause und das ist für mich Perfektion. Genau, also wie gesagt, ich finde es unabdinglich, dass solch ein Sportgerät, Fitnessgerät, wie auch immer Sie es nennen möchten, zu Hause haben. Das ist eine einmalige kleine Investition dafür, dass Sie in sich investieren. Also in Ihr Immunsystem, in Ihr Wellbeing, in Ihre Gesundheit, Herz-Kreislauf, Knieölen. Also der Arzt wird sagen, Sie haben alles richtig gemacht. Ist ja logisch, das ist ja einfach nur logisch. Wie ich so gerne sage, ein No-Brainer, gar nicht groß überlegen. Das ist ein Must-Have für 2021. Jetzt einkaufen, Versandkosten, Freiwitz geliefert und dann einfach genießen. Vielleicht macht die ganze Familie mit. Und dann werden Sie langsam fitter. Und dann haben Sie Ihre Vorsätze auch schon abgehakt, vielleicht bevor das Neujahr anfängt. Nur nicht aufhören dann im neuen Jahr, sondern weitermachen, weitermachen. Und Sie bekommen das Laufband natürlich wieder zu unserem fantastischen TV-Sonderpreis. Und die Bestellnummer ist die NC 54442 und die 569, der Preis 243,58 Euro. So, jetzt hatte ich am Anfang der Sendung von Motivation, Kontrolle, Bewegung und Belohnung gesprochen. Und es ist soweit. Wir sind bei der Belohnung bzw. Entspannung. Und nach ein bisschen Sport, den man gemacht hat, darf man sich ruhig auch mal ein bisschen verwöhnen, ein bisschen belohnen. Und wie das am effektivsten geht, das zeigt uns jetzt Danny mit dem Trendprodukt des Jahres 2020. Ja, und ich bin ein riesen Liebhaber von diesem tollen Gerät. Und ganz ehrlich, dieser kommt hier in diesen wunderbaren Koffer. Das ist eine unserer Massagepistolen und zwar die Premium-Massagepistole auf dem Wellnessmarkt. Das sage ich zumindest, weil die kann so viel und so zahlreich auch, wie die Möglichkeiten sind, mit diesem Gerät, was in diesem wunderbaren Koffer steckt. Das ist wirklich wunderbar. Also, ich zeige Ihnen mal hier den Inhalt, auch den wunderbaren Koffer kommt zu Ihnen geliefert. So, schauen Sie mal, wie cool das aussieht. Die Pistole ist natürlich auch ein Hingucker. Das ist ein richtig schönes Gerät. Aber wir arbeiten hier natürlich, ha, kabellos. Schauen Sie mal, man hat hier eine kabellose Pistole. Die sieht richtig cool aus. Die liegt fein in der Hand. Ist wirklich, ganz ehrlich, ich habe so ein paar Massagepistolen in meinem Leben gesehen. Die schönste, die ich persönlich bisher gesehen habe. Wir haben hier kabellose Bedienung, wie gerade erwähnt. Und hinten haben wir ein ganz feines Display. Ich schalte mal die Pistole ein. Hier unten haben wir einen Knopf. Voila, dann sehen Sie das coole Display. Und hier leuchtet es ganz fein. Wir haben hier bis zu 20 Intensitäten. Das ist genial. Und auf dem Wellnessmarkt wirklich schon ein kleines Superlativ sozusagen. Jetzt drehe ich es mal zur Seite und habe hier mal den ersten Kopf. Ich nehme mir mal den Kugel, den pilzförmigen Kopf und stecke den ganz einfach rein. So ein bisschen drücken. Voila. Und dann können Sie sich einfach hier eine Intensität aussuchen. Einmal hier Play drücken. Voila. Einschalten. Dann sehen Sie schon die Vibrationen, oder? Das sieht man ganz gut. Und jetzt höher schalten. Ein bisschen stärkere Vibrationen. Und dann drehen Sie das Gerät um und setzen es einfach da am Körperteil ein, wo Sie es mögen. Also vielleicht sind es die Unterarme vom schweren Tüten tragen. Oder vielleicht auch die Oberarme, wenn Sie ein bisschen, ja, keine Ahnung, Sport gemacht haben. Gucken Sie mal, diese wellenförmigen Bewegungen, diese Vibrationen gehen so tief ins Gewebe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt zeige ich Ihnen aber auch mal einen anderen Kopf. Ich gehe mal runter mit der Intensität und wechsle den Kopf für Sie. Einmal Stopp. Voila. Und hier, wir haben sechs verschiedene Köpfe. Das ist der Wahnsinn. Schauen Sie mal, ich zeige sie Ihnen gerade mal hier in meinem Köfferchen. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Wir haben hier den Pilzförmigen. Wir haben hier diesen Schaber. Da können Sie richtig schön Laktat, wenn Sie also mal ein bisschen viel geradelt sind oder gelaufen sind, das richtig schön rausziehen aus den Muskeln. So, hier sehen Sie die ganzen Aufsätze. Schauen Sie mal, die große Kugelform, der kleine Kugelaufsatz. Wir haben den U-förmigen für Akkupunkturpunkte. Wir haben diesen Schaber. Wir haben den konischen und den Pilzförmigen. Ich werde jetzt mal den großen kugelkörmigen Aufsatz aufsetzen. Und dann werde ich hier ein bisschen die Intensität höher stellen. Denn dieser große kugelförmige Aufsatz ist für die großen Muskelgruppen. Das heißt, Oberschenkel, Gesäß, gerade wenn man hier geradelt ist oder gelaufen ist, dann tut es gut, so den hinteren Muskel am Oberschenkel zu erwischen. Und dann können Sie, oh genau, richtig die Punkte erwischen, die Ihnen eben gut tun. Oder Sie gehen ans Gesäß oder ein bisschen höher. Sie wissen ja, wo die Punkte sind, die zwicken. Und im Moment kann man ja gar keine Massagetherapie machen, weil man ja im Moment gar nicht raus darf. Aber selbst wenn Sie wieder Termine machen können, ganz ehrlich, das ist ja stressig hinzufahren, Termin zu bekommen. Bevor man es dann merkt, ist die Massage auch schon wieder vorbei. Also hier haben Sie ja immer die Möglichkeit, jeden Tag morgens bis abends ihren ganzen Körper von oben bis unten zu massieren. Aber auch eine Partner-Massage macht Spaß, weil der eine muss sich nicht quälen. Der setzt einfach die Pistole an. Schauen Sie mal hier, die Wellen sieht man tatsächlich bis hier ins Gewebe. Das durchblutet natürlich auch das Gewebe. Und dann wird da auch so ein bisschen die Giftstoffe rausgeschwemmt. Also das ist wirklich a Wellness-Oase to go oder eben auch für zu Hause. Jetzt sollen wir uns das ja gerade erst gut gehen lassen in der schweren Zeit. Und das ist die Premium-Version der Massagepistolen. Und da hat man schon Preise gesehen von 200, 300 Euro. Sie mit Sicherheit auch. Hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 190 Euro. Aber unser TV-Sonderpreis, wieder exklusiv für Sie, 70 Euro und 71 Cent. Und damit verschenken Sie Wellness an sich selber oder irgendeinen Glücklichen in Ihrer Familie oder eine Glückliche. Weil das ist ganz Körpermassage der besonderen Art. Ich liebe zum Beispiel diesen konischen Aufsatz, weil der für Handflächen, aber auch für Fußflächen bestens geeignet ist. Große Muskelflächen, kleine Muskelflächen, Akkupunkturpunkte und auch die Faszien können hier mit dem Schaber nochmal ein bisschen gelockert werden. Also wirklich an Vielfältigkeit nicht zu übertreffen. Nochmal 20 Intensitätsstufen. Also für jeden so, wie er es möchte. Der eine möchte es ein bisschen härter, der andere möchte es ein bisschen leichter. Kabel los, so wie uns das Danny gerade gezeigt hat. Sechs verschiedene Aufsätze. Glauben Sie mir, es ist die Creme de la Creme der Massagepistolen, die Premium-Massagepistole. Und, das fällt mir auch wieder auf, Danny, unglaublich leise. Ja, unglaublich leise Indy, das stimmt tatsächlich. Also die hört man kaum, die stört niemanden. Es gibt ja solche Massagepistolen, die knattern da laut rum, dann haben Sie ein Kabel, das ist richtig unangenehm. Hier, schauen Sie mal, Sie können das ja auch im Auto zum Beispiel deponieren, wenn Sie auf die Kinder warten oder, ja, Sie können es in die Sporttasche legen oder egal. Es kann auch vorbeugend wirken. Oder schauen Sie mal, wenn ich jetzt meinen einen Akupunkturpunkt erwische, das ist immer der da. Ich muss mal gucken, mit welchem Körperorgan der korreliert. Und dann kann ich vielleicht ein Problem beheben, was gar nicht entstehen würde, sozusagen. Es ist wirklich ein tolles Wellness-Produkt 2020, ein Trend-Produkt. Man kann hier wirklich von Kopf bis Fuß den ganzen Körper, jede Muskelgruppe, klein oder groß, massieren. Genau zu Ihren eigenen Bedürfnissen, wann Sie wollen, wo Sie wollen, Partner-Massage. Der Preis für dieses Premium-Produkt ist wirklich sehr klein. Hier sollten Sie schnell sein. Ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ich würde mich riesig freuen. Verschenken Sie das Trend-Produkt für Wellness und Gesundheit 2020, die Luxus-Massagepistole für gerade mal 70 Euro und 71 Cent. Die Bestellnummer ist die NX 4164 und die 569. Und damit tut man sich eine Freude, vielleicht auch den Partner mal massieren. Da braucht man gar keine Massagekenntnisse mehr zu haben, sondern hiermit kann auch der Laie fast massieren wie ein Profi. An den wichtigen Punkten, wir müssen uns nur eins merken, niemals an Knochen massieren. Und Sie sehen, das ist Gesundheit zum Verschenken, die wir hier haben oder für sich selber. Jetzt schauen wir uns alle Produkte dieser Stunde nochmal an. Begonnen haben wir mit dem Motivator schlechthin, mit dieser fantastischen Fitness-Uhr. Genau, man sieht sie da eingeblendet in dem Design, so chronologisch klassisch. Ich hatte mir jetzt hier am Handgelenk meins digital eingestellt. Man hat die Vitalwerte im Blick. Man hat natürlich Nachrichten, also Kontakte im Blick. Kinderleicht in der Bedienung, das verspreche ich Ihnen. Auch der Digital-Muffel wird hiermit klarkommen. Und ganz wichtig, guck mal, ich habe jetzt 6.617 Schritte gemacht. Da fehlen nur noch 3.200. Und Sie werden auch Ihre Ziele erreichen, zumindest dazu motiviert werden. Und gleichzeitig auch noch immer einen Blick auf die Vitalwerte werfen können. Die unverbindliche Preisempfehlung für diese tolle Fitness-Uhr liegt bei 150 Euro. Ihr TV-Sonderpreis jetzt bei 65,85 Euro. Und Sie bekommen diese tolle Fitness-Uhr mit der Bestellnummer NX4589 und die 569. Weiter ging es dann mit einem medizinischen Gerät, nämlich einem mobilen EKG-Messgerät. Genau, und da macht Konstantin, unser Kameramann, das richtig. Er sitzt auf einer Bank und überlegt, fühle ich mich gerade ein bisschen unwohl. Er zückt jetzt gleich seinen mobilen EKG-Herzfrequenz- und Blutdruckmesser raus. Und der gibt Ihnen dann ganz schnell die Antwort. Man hat nämlich 4 Ansatzpunkte, entweder zwischen den Fingerspitzen, am Handgelenk oder sogar am Fußgelenk. Oder auf der Brust kann man es ansetzen. Es misst akkurat, es hat Speicherplätze. Und dann wissen Sie, war es nun Unwohlsein oder geht es mir wirklich schlecht? Und es ist ein medizinisches Messgerät, Medizinklasse 2A, also eine medizinische Zulassung. Und auch hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei knapp 150 Euro. Ihr TV-Sonderpreis 75,27 Euro. Und Sie bekommen dieses mobile medizinische EKG-Messgerät mit der Bestellnummer NX4590 und der 569. Und jetzt ging es weiter mit unserem Heimtrainer, auf dem ich mittlerweile schon seit fast 50 Minuten drauf sitze. Und ich schaue mal nach den Kilometern. Wow, ich habe viereinhalb Kilometer geschafft. Das ist klasse. Ich fühle mich gleich richtig wohl. Ja, und ich merke, dass unsere Küsten auch richtig Spaß hat. Sie hat hier so einen kleinen Sprint eingelegt. Man kann das dann auch machen. Werden Sie kreativ, sage ich Ihnen. Sie werden langsam anfangen, sich und Ihre Fitness zu verbessern. Sie werden sich besser fühlen, das Immunsystem stärken, die Knie ölen und auch die Hüfte und Fußgelenke. Und dann ganz ehrlich, wenn Sie fertig sind, klappen Sie es zusammen und unter das Bett und schwuppdiwupps. Keiner muss wissen, dass Sie sich hier fit machen, oder? Ja, und Sie müssen nicht immer so schnell sein wie Christen. Es geht auch so gemütlich wie ich. Aber wer langsam fährt, kommt auch ans Ziel. Der Preis ist aber immer der gleiche. 150 Euro und 58 Cent und dementsprechend natürlich auch Porto- und Versandkosten frei. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 270 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 7902 und die 569. So, und wer eher läuft als Fahrrad fährt, der ist bei unserem klappbaren Laufband hier natürlich genau richtig. Genau, das ist klappbar und dafür haben Sie Platz. Die Ausrede habe ich Ihnen jetzt leider genommen. Und es bietet wirklich alles, was man braucht, damit man sicher ist. Die Notstopp-Funktion sieht man hier ganz gut in rot im Bild. Den Bordcomputer mit drei voreingestellten Programmen. Eine super rutschfeste Lauffläche, die die Schwingungen auffängt und dämpft. Und eben eine leichte Neigung, damit die Knie auch noch schön ergonomisch laufen können und nicht gefährdet werden. Also wirklich ein feines, kleines Laufband. Und in wenigen Tagen auch wieder lieferbar. Also jetzt gleich bestellen, dann ist es auch bei Ihnen. Für 243,59 Euro kommt es natürlich auch wieder Porto- und Versandkosten frei zu Ihnen. Die Bestellnummer ist hier die NC 5442 und die 569. Und am Ende der Sendung kamen wir dann nochmal zur Belohnung. Sich was Gutes tun, den Partner vielleicht auch mal mit einer tollen, fast schon professionellen Massage verwöhnen. Und das geht mit diesem Köfferchen. Ja Wahnsinn, dieses Köfferchen birgt eine wirklich sexy, super Massagepistole. Ein Premium-Produkt mit sechs Aufsätzen und 20 Intensitäten, meine lieben Damen und Herren. 20 Intensitäten. Ich glaube, so viel hat ein Masseur selber nicht drauf. Und gerade jetzt in dieser Zeit brauchen wir ein gutes Gefühl, Wellness, Entspannung. Schauen Sie mir ja hier, das ganze Zubehör ist mitgeliefert für diesen Preis. Und Sie sind auch noch kabellos bis zu fünf Stunden Laufzeit. Also wirklich, da werden Sie im Nachhinein dankbar sein, dass Sie jetzt eigentlich diese Punkte, die immer zwicken, ja endlich mal bearbeitet haben. Das ist die Premium-Version der Massagepistolen. Und jetzt zu einem sehr, sehr günstigen Preis. 70 Euro und 71 Cent. Und Sie bekommen die Premium-Massagepistole mit den sechs Aufsätzen, mit den 20 Intensitätsstufen, mit der Bestellnummer NX4164 und die 569. Jetzt haben Sie gesehen, es ist gar nicht so schwer, Gesundheit zu verschenken oder sich selber auch ein bisschen besser zu fühlen. Mit Motivation, mit Kontrolle, mit Bewegung, ob auf dem Fahrrad oder dem Laufband. Und dann auch die Belohnung durch die wohlverdiente Massage, die man übrigens auch mal ohne Sport genießen kann. Es ist also gar nicht schwer und alles bezahlbar. Also jetzt einfach sich ein bisschen mehr wohlfühlen. Sie verschenken auch Wohlbefinden und Vitalität und auch Gesundheit. Und fühlen sich selber, wenn Sie die Geräte nutzen, danach auch wesentlich besser. Positiver Nebenbeffekt natürlich Ihre Immunabwehr. Wird auch noch mal gestärkt. Sie werden also resistenter gegen alle Angriffe der Natur von außen. Jetzt gehen Sie bitte ans Telefon und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Geräten.